Ja, ich habe so das dumpe Gefühl, dass es hier in jedem Level derartige Schatzkarten gibt. Und ich habe die doch nicht alle gefunden. Das heißt, die müssen wir auch noch suchen. Das ist ja das Spiel... Oh, verdammt, bin ich ein Idiot. Abgeschmiert. Jo, servus Leute, zum weiteren paar DuckTales 2, unseren Entenhausen-Abenteuer auf dem NES. Die letzten zwei Parts haben wir damit verbracht, die Spiele ein bisschen kennenzulernen. Ist es, wie ich schon mal erwähnt habe, ziemlich komplex oder relativ komplex vom Levelaufbau her. Wir waren Niagara, wir waren im Bermuda-Dreieck, wir waren hier irgendwo bei den Osterinseln und wir waren in Ägypten. Wir haben nicht alle Level abschließen können, weil mir hier und da ein Item fehlt. Und ich die Reihenfolge natürlich nicht weiß, wo irgendwelche Items versteckt sind. Wie gesagt, das ganze Projekt hier ist blind. Ja, es erinnert mich ein bisschen an Megaman, als würde ich einen Megaman-Teil blind zocken. Da weiß ich auch nicht, welcher Endboss oder welche Waffe eines Endbosses gut ist für den nächsten Endboss. Das wird sich alles erst im Laufe des Spiels rauskristallisieren. Jetzt bin ich am überlegen. Ich glaube, wir hatten einen Endboss am Niagara, wir hatten einen Endboss an den Bermudas. Nur in Ägypten nicht, wenn wir da nicht weiterkamen. Und wenn Dagobert nach Ägypten geht, dann gehen wir da nochmal hin. Das hat man schon alles noch. Brauchen wir nicht nochmal lesen. Komm, mach hinne, mach hinne. Ja, ich will nach Ägypten, verdammt. Falscher Knopf. Jetzt gehen wir nach Ägypten hier. Das war die Geschichte hier mit dem Treibsand in der Wüste. Und in die Welle. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier weiterkommen. Muss ich das Teil hier irgendwie ziehen? Komm, nimm das Teil hier. Etzer. Kann ich da oben rauf? Ah, das bringt nix. Da ist nix drin. Oh, der Schatz. Ach, genau das war das hier. Mal was gucken. Ob das funktioniert, soll ich mir das vorstellen? Nein, das funktioniert nicht. Ich komme da nicht rein. Egal. Aber wir müssen uns das ganze Gelaber hier nochmal anhören. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gibt es da oben eigentlich irgendwo rein? Gucken. Nein, hier geht es nicht rein. Ist das Trixi. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Lassen wir es mal. Es war hier irgendwo eine Stelle, durch die ich nicht durchkam. War das hier? Nein, hier kamen wir durch. Oh, das Level ist verzwickt. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin wollte. Verdammt, verdammt. War das hier? Nein, hier war es auch nicht. Hm, wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Energie? Kann ich jetzt die Teile hier eigentlich zertrümmen? Nein. Vermutlich fehlt mir da auch noch was. Oh, ich komme da nicht mehr rauf. Oder doch? Hm, gucken wir mal. Komme ich da noch? Nein, komme ich nicht mehr hoch. Verdammt. Ne, sieht so aus, als würde ich da nicht hochkommen. Tja. So überlegen. Wo diese Stelle war. Verdammt. So nicht. Komm, mach hin. Ich habe ja ganz vergessen zu speichern. Ich habe ja vergessen, dass wir mit Safe States arbeiten. Weil sonst würde ich das Spiel überhaupt nicht schaffen. Beziehungsweise schaffen vielleicht schon. Aber ihr müsst hundertmal zuschauen, wie ich das erste Level wiederhole. Und da habe ich selber keinen Bock drauf. Eigentlich ging es irgendwo runter. Kann ich das hier irgendwie umgehen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, verdammt. Ich habe einfach keinen Plan, wo ich hin muss. Was? Jetzt gehen wir mal da rauf. Wenn wir da rauf kommen. Wenn. War klar, dass das jetzt nicht funktioniert. Ich will da rauf. No, jetzt fahre ich da runter. Aber jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Wo wir vorher nicht hinkamen. Aber irgendwie. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir einfach mal, wo uns der Weg hinführt. Ups. Ähhhhhhhhh. Ach, wisst ihr was das ist hier? Das ist dieses Rätsel. Drei ist eins und so weiter. Ich habe es mal irgendwo notiert. Muss ich mal kurz gucken. Eins ist drei. Hä? Drei ist zwei. Was muss ich tun? Dreimal drauf springen. Eins ist dreimal. Drei ist zweimal. Einmal hatten wir schon. Vier ist eins. Und zwei ist vier. Mal gucken, ob das richtig ist. Nein. Mal gucken, ob das funktioniert. Drei mal auf die eins. Ähhhhhhhhh. Eins ist drei. Oder muss ich... Einmal auf die drei. Ich habe keine Ahnung. Also dreimal auf die eins. Zweimal auf die drei. Einmal auf die vier. Einmal auf die vier. Und viermal auf die zwei. Ja, es war richtig. Es war richtig. Und wir bekommen... Du hast einen Teil der Schatzkarte gefunden. Ja, ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es hier in jedem Level derartige Schatzkarten gibt. Und ich habe die noch nicht alle gefunden. Das heißt, die müssen wir auch noch suchen. Das ist ja das Spiel... Oh, verdammt. Bin ich ein Idiot. Abgeschmiert. Habe ich jetzt die Karte noch? Sieht mir das irgendwo? Ja, ich habe oben alle drei Items. Hm. Kein Plan. Aber ich lade jetzt den Safe State nicht. Sonst darf ich das Geschmarr hinten mit den Zahlen nochmal machen. Ich weiß nicht, ob ich die Karte jetzt noch habe. Oder ob sie weg ist. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass sie da ist. Dass ich das nicht wiederholen muss. Jetzt müssen wir nur noch ans Level-Ende kommen. Ich wollte da rauf. Jetzt geht das hier hoch. Ist so der Hammer. So, jetzt gucken wir mal. War das hier? Ja, die kann ich jetzt nämlich so zerstören. Und kriege hier nur einen Diamant. Bringt mir gar nichts. Oh, hier geht es durch. Aber ich komme nicht rauf. Ist zu hoch. Ich komme nicht rauf. Dann gehen wir weiter. Hm. Die Libelle des Todes. So, nochmal. Und schon sind wir wieder hier. Oh, oh. Es leckt. Ganz schlechte Stelle. Aber Glück gehabt. Äh. Wie komme ich denn da rauf? So, ich speichere jetzt mal. Ich glaube, da ging es da rauf. Genau über diese Mechanik. So. Jetzt sind wir oben. Ja, Trixi. Das ganze Game ist Trixi. Aber irgendwie spaßig, muss ich sagen. Hat nicht ganz die Klasse vom ersten Teil. Aber dafür muss man nachdenken. Es hat im ersten Teil ein bisschen gefehlt. Dann war es linearer. Hier ist gar nichts linear. Hier ist alles verzwickt. Aber wir kommen schon noch hinter das Geheimnis. Wir kommen schon noch dahinter. Äh. Kann ich jetzt da rauf? Ja. Speichern wir hier mal ab. Vom Quacks den Bruchpiloten. So. Das ist nämlich unser Check for Point. Ach, genau. Das war das hier mit den Schlangen. Genau. Ich sag's noch. Und zack, bin ich schon drin in der Schlange. Äh. Oder war das hier unten, wo ich nicht rauf rein kam? Ich weiß es nicht mehr. Wo ging's denn da hin? Ah, wieder Geschwätz. Hatten wir auch schon. Das Geschwätz. Gibt's da irgendwo rauf? Gibt's hier irgendwo rein? Sieht nicht so aus. Hm, wo müssen wir hin? Wo geht's da hin? Äh, hier geht's glaube ich Richtung Levelausgang. Ich muss rumsuchen. Ich muss suchen. Für was bist denn du? Aha. Interessant. Komme ich jetzt oben an den Schatz? Mein Schatz. Oh, hier geht's durch. Wo falle ich jetzt da genau hin? Hier geht's nirgends rein. Hier geht's auch nicht rein. Aber hier geht's durch. Und schon bin ich wieder da. So. Jetzt sind wir genau da, wo ich wieder hinwoll. Und auf die Schlange aufpassen. Die formale Deide... Entschuldigung. Die formale Deide Schlange wollte ich sagen. So. Ich muss ja irgendwie da rauf kommen. Und ich schaff's natürlich nicht. Ich schaff's natürlich nicht. Und außer Diamanten ist hier nichts. Also wir schienen hier unten rum. Und hier ist nichts. Hm. Sterbe ich jetzt hier? Nein. Außer die Schlange tötet mich. Komm lass mich raus aus dem Sand. Lass mich raus aus dem Sand. Ah, ich komm da nicht rüber. Das ist doch scheiße. Hm. Hier kommen wir schon mal nicht weiter. Jetzt bin ich tot. Jetzt wollte ich unten durch. Jetzt bin ich tot. Laten wir doch mal. Hier geht's unten durch. Und hier nicht, oder was? Ei, es geht hier nicht unten durch. Was denn das für ein Scheiß? Es geht nur hier unten durch. Aber auch nicht immer. Oh. Jetzt komm ich nicht mehr unten durch. Jetzt geht's wieder. Alter, was ist denn das? Es geht nicht. Es geht nicht. Leck mich doch am Arsch. Was ist denn das hier? Alter. Ich glaube, ich hab hier ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Äh. Ach, geh unten durch. Ups. Geh unten. Geh unten durch. Komm. Geh unten. Geh unten. Komm. Geh unten. Geh... Alter. Komm, geh auf. Geh auf. Alter. So, jetzt gucken wir mal, was hier ist. Ist es klug, da runter zu springen? Waren wir da schon? Ich weiß es nicht mehr. Das war wahrscheinlich dumm. Ach, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich da drüber. Sonst falle ich da runter. Doch, hier waren wir schon. Genau, hier waren wir schon. Hier gibt es die ganzen leckeren Sachen. So. Aber das haben wir schon alles gemacht. Das haben wir schon alles einkassiert. Und schon sind wir hier am Anfang. Das ist da, wo wir am Anfang durchfallen. Genau. Und schon sind wir wieder hier. Na gut. Gucken wir mal, ob wir da oben raufkommen. Komm doch mal her, Junge. Nur ein Diamant allerhand. Das Spiel frisst unwahrscheinlich viel Zeit, muss ich sagen. Liegt aber auch daran, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Und dass die jedes Mal aufs Neue hier diesen Schwachsinn labern. Den wir schon mal gelesen haben. Und dass ich hier planlos durch die Gegend marschiere und nicht weiß, wo ich hin muss. Hmm. Jetzt wird's gefährlich. Genau. Sag ich doch. Na gut. Untenrum gehen wir nicht. Wir müssen oben lang. Wenn wir hinkommen. Wenn's irgendwie möglich ist. Ist natürlich nicht mehr möglich. Warum funktioniert das manchmal und manchmal nicht? Na komm schon. Häng dich oben rauf. Mach dir nicht mehr. Etzer. Er weiß nicht, was da manchmal für Probleme sind. Vielleicht liegt's ja auch an mir. Vielleicht bin ich einfach nur zu dumm für diese Steuerung. So. Ach, hier ging's ja sowieso nicht weiter. Das Spiel, das fordert alles. Fordert meinen kompletten Grips. So. Jetzt müssen wir einen Ausgang finden. Der Ausgang war... Ach, genau. Es war da oben. Ich muss jetzt da rüber. Das heißt, ich muss da her. Das aktivieren. Und dann da rauf. Jawoll, ja. Jetzt sind wir wieder richtig... Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg hier. El Mumion. Geht's eigentlich hier noch irgendwo rein? Nein, leider. Leider, leider. So. Jetzt gehen wir mal kurz noch schnell da rauf. Wir machen hier das Geschwätz, wo wir uns das eigentlich auch sparen könnten. Das könnten wir uns eigentlich auch sparen, wenn wir sowieso mit Safe States arbeiten. So. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt sind wir hier wieder. Jetzt sind wir hier wieder. Da wollte ich doch gar nicht hin. Das ist doch eine Sackgasse. Oder? Sehe ich das falsch? Steck ich hier wieder fest? So, Trixi hier. Komm, geh rauf. Geh rauf. Geh rauf. Alter. Genau da rauf müssen wir. Jetzt. So. Da hinten war nur der Schatz, oder? Ist da hinten noch was? Gucken wir mal, ob da hinten noch was ist. Ach, das war das hier? Mal kurz gucken, ob es unten noch lang geht. Ah, hier geht's nur was rein. Also, gehen wir wieder raus. Geh halt weg. Geh mal oben lang. Hm. Oh, hier geht's rein. Wie komm ich da runter? Hä, wie komm ich da runter? Von unten? Von unten? Hier geht's rein. Kohle. Na komm, mach jetzt die weg. So, mach jetzt die weg. Und jetzt riech da oben rauf. Das heißt, ich muss das einmal respawnen lassen. Komm. Äh, das gehen wir dann auf. So, und jetzt da rüber. Und einmal oben rein. Waren wir da schon? Kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Oh, was ist denn das hier? Oh, was ist denn das hier? Oh, man kann das ziehen. Das ist ein Spiegel. Muss ich denn ins Licht ziehen? Ach, das war doch dieses komische Rätsel, oder? Irgendwie, wer das Licht findet, findet auch den Schatz oder sowas. Äh, was ist das hier? Du hast einen geheimen Schatz gefunden. Aha, aha. Scheint doch ziemlich erfolgreich zu werden, dieses Level. Oder dieser Part. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir da oben. So kommt man da oben rauf. Man kommt nicht rauf. Man kommt ja nur runter. Ist ja interessant. So, da unten rum. Hoffen, dass das funktioniert. Schlange des Todes. So, und rauf. Jawohl. Gefällt mir. Dieser Part wird glorreich. Naja, nicht glorreich, aber ereignisreich. Sagen wir mal so. Wir reißen ein bisschen was. Wir kommen ein bisschen weiter. Das ist doch schon mal was wert. So, jetzt gehen wir da rauf. Jetzt glaube ich, kommen wir Richtung Endboss. Wenn mich nicht alles täuscht. Nein, Richtung Partleck. Da darf er natürlich nicht fehlen. Wo kriege ich die noch? Ups, nein kriege ich nicht mehr. Ich kriege sie nicht mehr. Egal. Kohle dürften wir ja genug haben. Komm, lass los. Ey, er stimmt ja gar nichts. Und dann lässt er nicht mehr los. Die Sau. Äh. Ah ne, den hat man noch gar nicht. Diesen Endboss. Mumion. Oder wer auch immer das ist. Pharaonen Duck. Verdammt. Geh weg. Geh weg. Wollen wir damit Glück? Brauchen wir uns noch einmal treffen. Jawoll. Das war's. Das war's. Und ein Säbel. Das war die Geschichte mit... Tut er nicht Quackmut? Haha. So. Haben wir Ägypten abgeschlossen? Was gibt's denn Schönes? Nix Neues. Nix Neues. Nix Neues. Nix Neues. Nix Neues. Wenn ich mir jetzt ne Torte kaufe, kann ich die im Spiel dann aktivieren? Komm mach hinne. Ja, hätte ich gern. Das probieren wir jetzt mal aus dann. Ob wir die einsetzen können. Drei Teile der Karte haben wir gefunden. Ja, ich will jetzt grad überlegen. Wir haben in den Pyramiden eine Karte gefunden. In eins der vorgehenden Level haben wir eine Karte gefunden. Und eine Karte haben wir gekauft. Das heißt, in einem der vorgehenden Level fehlt auf jeden Fall noch eine Karte. Ich glaube, hier am Niagara haben wir keine Karte, oder? Ich muss mir die Videos direkt auch mal angucken. Aber ich glaube, da hat man nix. Genau, das war das mit dem Froschot. Mit dem Froschot. So. Auf, auf und davon. El Froschot. Komm her. Quack, quack. So. Hier war, glaube ich, kann ich jetzt da oben? Wirklich, ich kann das Objekt wählen. Ist ja interessant. So eine Art Energiespeicher. Für jene, die nicht mit Safe State spielen müssen. Können, dürfen oder wollen. Ist hier was drinnen? Nö. Gar nix da drin. Okay. Hätte er sein können. Hätte er sein können. Ich suche jetzt hier doch mal irgendwo. Wo? Müssen ja... Muss ja die Schatzkarte versteckt sein. Aber wo? Oh verdammt. Komm ich jetzt da so mal rauf? Nicht mehr, oder? Da ging es nämlich auch noch rauf irgendwo an der Seite. Verdammt. Habe ich es mal verbaut? Habe ich es verkackt? Egal. Waren eh bloß Diamanten, glaube ich. So. So, so, so. Hier kam er so rauf. Hier geht es nicht weiter. Fand ich halt das letzte Mal schon so komisch hier in diesem Abschnitt. Kann ich das oben irgendwie anwenden? Kann ich das? Das krieg sie. Äh, äh, macht er nicht. Ah doch, so funktioniert das. Ist ja der Hammer. Ja. Habe ich mir gedacht, dass da jetzt so ein Ding ins ist. Und schon haben wir die nächste Schatztruhe. Kriegen wir da jetzt, äh, gar nichts? Wie mache ich das auf? Mann. Ah ja, die Steuerung. Mit diesem Pogostab. Ah, jetzt, äh. Uh, das ist die Schatzkarte, oder? Ist es? Komm her. Ist es? Ist es? Du hast einen Teil der Schatzkarte gefunden. Jawoll. Jawoll. Oh, oh. Erdbeben. Erdbeben. Mann, in dir garer Fällen. Höh. Oh, nu? Ach, da ist der Ding ins. Wie hieß der nochmal? Bam Bam oder so ähnlich? Sei ja vorsichtig, Onkel Dagobert. Eine der Schatztruhen ist eine Falle, die ich einsperren kann. Hä? Eine der Schatztruhen? Welche Schatztruhe? War hier eine Falle? Kann mich jetzt gar nicht dran erinnern. War hier eine Falle das letzte Mal? So, den Schatz hier hätten wir. Ach, das ist hier wieder der Block. Den Schatz hier hätten wir die Fähigkeit. Hier haben wir auch. Das heißt, das mache ich nur noch zum Endbross. Und das Level abschließen. Und dann fehlt der Bross noch. Wollen wir nochmal vier Schatztruhen. Äh, äh, Schatz, Schatz, Schatz. Vier Schatztruhen. Wie viel fehlen da noch? Eine noch. Fünf müssten sein. Oder sechs. Also in jedem Level eine sind fünf. Und eine haben sie gefunden. Müssten es dann sechs sein. Sechs Karten. Sechs Kartenstücke. Nichts sagen, das ist also für all jene, die diese Parts hier anschauen. Das ist alles reine Spekulation von mir. Das muss nicht stimmen. Das werden wir erst am Ende wissen. Wenn ihr euch jetzt da auf die Suche macht nach sechs Karten. Oder ihr habt schon sechs und das Spiel ist trotzdem nicht zu Ende. Dann denkt ihr euch wieder, äh, was schmackt der für ein Schwachsinn. Nein, ich möchte nicht nach Hause. Ich möchte da rauf. So, jetzt kommt der Archeopteryx. Wieder mal Archeopteryx. Und hier genau, Super Mario Bros. 2. Und der Archeopteryx, äh, mit dem Parkleck. Mit seinem Kumpel, dem Parkleck. So, warten wir mal, bis die Baumstämme kommen. So, jetzt, äh. Oberknapp. Aber funktioniert der Archeopteryx. Verpiss dich. Und kommt er schon wieder. So. Und drüber. Und rauf. Und... Jawoll. Ja, langsam, aber sicher, kommt der Droschen hinter das Geheimnis der Steuerung. Haha. Ja, man muss nur 15.000 bis 200.000 Stunden spielen. Und dann hat man sich schon dran gewöhnt. Es geht ruckzuck. Haha. So. Und ab dafür. Oh, Froschow. Ey, Froschow. Ist hier noch irgendwo was? Nein, hier geht's nirgends rein. Hier geht's nirgends rein. Oh, verdammt. Ah, das haben wir auch noch nicht gefunden. Wo hier... eine Mine sein soll. Haben wir noch nicht gefunden. Stimmt. Und das hab ich gar nicht mehr gedacht. Was meint der mit Mine? Wir haben nirgends gefunden. Es explodiert oder sowas. Keine Ahnung. Aber ist euch aufgefallen vom Level-Design her und allgemein von der Spielephysik? Ist mir neulich mal so aufgefallen, wie nah die Ducktales Games den Castle of Illusion Ablegern auf dem Master System und auf dem Game hier sind? Hä? Ach, wir müssen den Endboss gar nicht mehr besiegen, weil wir ihn schon besiegt haben. Das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. Das heißt, wir haben jetzt... Das... Den... Den vierten Schatzkartenteil. Vier müssten es jetzt sein, oder? Objekte brauchen wir keine. Verlassen. Wir haben... Wir haben schon vier Teile der Karte, Onkel Dagobert. Sag ich doch. Jetzt muss ich mir die Videos nochmal anschauen. Ich glaube, in Bermuda haben wir den Schatzkartenteil noch nicht gefunden, oder doch? Ich weiß es nicht mehr genau. Hier in Ägypten haben wir es auf jeden Fall. Oder haben wir es auf den Osterinseln nicht gefunden? Ich muss mir die Videos nochmal anschauen. Und dementsprechend werden wir im nächsten Part dann rausfinden, wo noch was fehlt. Und werden es dann suchen gehen. Jo, Leute. Die Zeit ist schon mehr als voll. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Eierdorschen. Das fürs Zusehen. builder? こんな Team Gl Breath Cubans掉. Das ist das H